Guten Abend und herzlich willkommen zum Dividenden-Donnerstag, zur größten, besten Dividenden-Donnerstag-Live-Show im gesamten Dachraum. Und auch der interaktivsten. Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zur Show. Wir werden uns heute ein riesiges Portfolio angucken vom lieben Silvan, der von seiner Oma unterstützt worden ist letztendlich. Und das ist über 100.000 Euro groß. Aber bevor wir loslegen, begrüßen wir doch erst einige der Leute hier im Chat, nämlich Hans Huck III, Ren, Hiko 34 auch am Start, Silvan S., ich weiß jetzt nicht, ob das unser Silvan ist von heute, könnte aber gut möglich sein, dann Joachim Blah am Start. Wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ja, ich hoffe es. Dann kann er uns auch Antwort und Rede dann stellen bei bestimmten Fragen. Theodor-Josef-Eisenring auch am Start, Mr. Frankie 06, Abt ist ebenfalls am Start, Finn Mattov, Andreas Lutz auch wieder hier und Rendite-Pirat, guten Abend in die Runde. Guten Abend. Ja, genau. Und heute schauen wir uns das Portfolio vom Silvan an. Er hat uns sein Portfolio einmal geschickt und wir sollen einmal drüber schauen. Er hat auch ein langes Anschreiben mit dazu geschickt. Und soll ich einfach mal anfangen? Sollen wir wieder halbe-halbe machen? Bevor wir loslegen, wenn ihr euer Portfolio hier auch sehen wollt, sendet das an info.sparkriote.ca mit eurer XML-Datei von Portfolio Performance und unbedingt mega wichtig, euren Text als PDF. Dann ist das wirklich alles super simpel. Der liebe Silvan hat das auch gemacht und darum an info.sparkriote.ca euer Portfolio mit PDF senden. Und dann, jetzt können wir loslegen. Oder Doc. Also, ist ja egal. Ist ein Schritt mehr. Ich muss es als PDF halt haben. Anders geht es leider nicht. Ja. Alright. Okay. Hallo Thomas. Hallo Johannes. Ich freue mich jedes Mal auf den Dividendentag mit euch. Auch wenn ich selten live dabei sein kann. Zu mir. Mein Name ist Silvan33 und lebe in der Schweiz. Vor circa drei Jahren stieß ich auf Aktien mit Kopf und den lieben Thomas. Diese beiden waren die Wegbegleiter und Inspirationen, wieder mit der Börse Freundschaft zu schließen. Erste Erfahrung. Thomas mag sich vielleicht noch schwach an die Geschichte erinnern, die ich ihm am Swissquote Trading Day erzählt habe. Mit dem Investieren kam ich bereits mit 18 über meine Großmutter in Kontakt. Sie nahm mich an die Hand und begleitete mich zu einem Beratungsgespräch in der Credit Suisse. Dort übergab sie mir zur Volljährigkeit 1000 Schweizer Franken. Aber nur unter der Bedingung, dass ich es an der Börse investiere. So investierte ich am 4.1.2008 in einen wahrscheinlich Credit Suisse Fonds. Ich weiß noch, wie mir im Beratungsgespräch eine Trendline eingezeichnet wurde. Wir wissen aber alle, in welche Richtung der Kurs zu der Zeit einschlug. Ich bin mutig geblieben und investierte sogar in den fallenden Markt. Das Fondsvolumen investierte Kapital wuchs auf 8.000 Schweizer Franken an, bevor der Kurs, also ca. 2013 in Klammern, Fragezeichen, wieder plus minus null gewesen ist. Diese Übergewichtung im Verhältnis zum restlichen Vermögen war mir zu groß. Mit dem Börsencrash-Schrecken im Nacken entschied ich mich, all meine Anteile abzustoßen. Zu der Zeit war es das Richtige, denn die Erleichterung war groß. Rückblickend betrachtet, hätte ich wahrscheinlich eher einen Teilverkauf in Betracht gezogen. Dieses Learning spiegelt sich auch in meinem heutigen Depot. Die einzelnen Titel sind so gewichtet, dass ich mich damit wohlfühle. Die freigewordenen 8.000 Schweizer Franken steckte ich dann in die 3a-Säule, ohne sie zu investieren. Genau, also einfach als Cash, als Kapital. Genau. Genau, und damit würde ich dir den Rest dann überlassen, Thomas. Asset Allocation Auf- und Ausbau. Bis ich euch 2020 entdeckt habe, besparte ich dieses 3a-Konto und ein Sparkonto. Weil man dieses Geld nicht so einfach von der 3a abheben kann, investiere ich das Geld in einen 3a-Fonds. Zugleich nahm ich mein Erspartes und tätigte die ersten Aktieninvestments. Am Anfang war es ein Hin und Her. Nun hoffe ich, meine Basis in der Asset Allocation gefunden zu haben. Ich blende euch auch immer wieder so ein bisschen das Portfolio schon mal ein, dass ihr das auch so ein bisschen sehen könnt. Mein Depot soll schnellstmöglich, äh, ne, mein Depot soll möglichst diversifiziert angelegt sein. Ich werte mich lange gegen Fremdwährungen und sehe ich die verschiedenen Währungen wie ein einzelnes Kontodepot an. Als würde ich dort leben. Die Dividenden sollen dann in diesem Land reinvestiert werden. Hier haben wir dann schon die erste Frage. Könnte man bei SwissCode die Fremdwährung in der jeweiligen Währung abheben, damit man zum Beispiel, ähm, also kanadische Dollar in die Ferien kann? Ähm, die Fragen können wir ja dann gegen Ende oder halt, ähm, wenn der Text durch ist, nochmal beantworten oder darauf zurückkommen. Die Einzeltitel sind ja je nach Risikobereitschaft größer oder kleiner gewichtet. Die Wachstumsaktien verwende ich bislang immer noch für meinen Spieltrieb Tiefkauf, äh, Tiefkaufen im Hochverkaufen. Deshalb stehen zum Teil kleine Restposten wie Tesla und Microsoft im Depot. Ähm, momentan stecke ich noch in einem Zwiespalt. Eigentlich möchte ich den Schweizer Anteil ausbauen. Taktisch macht es zur Zeit irgendwie mehr Sinn, in den schwachen Dollarraum zu investieren. Was meint ihr dazu? Da kommen wir nachher nochmal dazu. Sobald sich die Zinslage beruhigt und wieder senkt, baue ich die Branchen im Finanzsektor auf. Mit Bitcoin und Kryptowährungen konnte ich bislang nicht anfreunden und ist zur Zeit kein Thema. Dafür habe ich meinen Goldanteil dieses Jahr vergrößert. Münzen in Klammern. Nun kommen wir noch zur Zielsetzung. Das ist auch immer ganz cool, wenn ihr in eurem Text zur Zielsetzung was schreibt und auch so ein bisschen sieht oder was das Ziel des Portfolios ist oder was ihr damit erreichen möchtet. Mein Ziel ist es im Alter einen erweiterten Cashflow durch Dividende zu haben. Zudem würde ich mir auch gerne ein Eigenheim kaufen. Woher das Kapital dafür kommen soll, weiß ich noch nicht. Allenfalls von der 3A-Säule. Meine Eltern und Geschwistern lassen sich von der ganzen Thematik nicht begeistern. Aus diesem Grund bin ich froh, hier bei euch Gleichgesinnte gefunden zu haben. Falls ihr noch Verbesserungen in der Darstellung oder Zuordnung des Portfolio-Performance seht, gerne anmerken. Ich habe dieses Programm noch nicht so lange und bin ich auf oder über eure Analyse gespannt. Danke für eure Arbeit und die Inspiration, die ich durch eure Videos bekomme. Dies belohne ich gerne mit einem Daumen nach oben, LG Silvan. Also der Daumen nach oben, der ist uns schon würdig. Danke, danke. Ich habe mir das Portfolio mal so grob angeguckt. Ich meine, ich zeige euch schon gerne auch mal die Asset Allocation. Er hat aktuell 55% letztendlich in ETFs oder indirekt in Fonds über die 3A-Säule. Dann knapp 40% in Einzelaktien. Dann ungefähr 2% Gold und der Rest knapp 5% noch Cash auf einem Sparkonto. Also der Großteil tatsächlich ist sozusagen in ETFs, aber wenn man jetzt mal die 3A-Säule ausklammert, ist tatsächlich der Großteil eher in Einzelaktien. Bei den Einzelaktien sieht man das jetzt nochmal ganz gut. Ich fände jetzt hier spannend, was genau in der 3A-Säule oder was das für ein Fonds genau ist oder bei welcher 3A-Säule oder bei welchem Anbieter das ist. Das wäre noch spannend, weil dann wüsste man auch so ein bisschen, was drin wäre. Und für die, die es jetzt, weil er das angemerkt hat, man kann die 3A-Säule eben später, wenn man das möchte, für einen Eigenheimkauf nutzen. Dafür muss man aber, soweit ich weiß, das Ganze wieder umschichten auf ein Cash-Konto zu diesem Zeitpunkt, wo man das machen möchte. Und dann kann man damit eben die Eigenleistung mitbringen und damit halt dann auch ein Eigenheim unter anderem anzahlen zusätzlich. Ja, ansonsten ist das Portfolio schon sehr, sehr breit gefächert. Größte Position Nestlé und viele der Titel, die man halt so sieht, sind tatsächlich eben sehr Dividenden-lastig oder eben solche klassischen Dividenden-Zahler wie Coca-Cola, Giberit unter anderem auch, Roche, British American Tobacco. Also das ist schon, wie sein Ziel auch sagt, Cashflow durch Dividende. Das widerspiegelt eigentlich sein Portfolio relativ gut, wenn man sich so die größten Positionen anguckt. Genau. Ich weiß nicht, ob du schon, ich meine, was du jetzt so auf den ersten Blick schon mal gesehen hast. Was mir aufgefallen ist, meinst du? Genau, ja. Grundsätzlich bei dem Portfolio? Genau. Es ist, also ich glaube an dem Portfolio grundsätzlich, also kann ich gar nichts groß dagegen, also habe ich nichts dagegen. Also kann man ja so machen, ist gar kein Ding. Ich will da eigentlich gar nicht drauf rumreiten, was man da irgendwie jetzt groß drin oder so. Er hat ja dann gefragt, wie sieht es mit der Schweizer Exposure da aus, ob er das so groß lassen soll oder jetzt doch mehr in US-Aktien investieren sollte, um das so ein bisschen auszugleichen. Das ist mir als einziges so ein bisschen aufgefallen, ja, ein kleiner Home-Bias ist da, so. Wenn man sich die Regionen anschaut, ist halt 14 Prozent Schweiz, so. Was ich jetzt aber auch nicht tragisch finde. Ich meine, wie gesagt, ist ein kleiner Home-Bias, so. Und Amerika ist jetzt bei den Aktien mit 9,3 Prozent dabei. Man muss sich überlegen, wahrscheinlich ist in so einem Fonds in der 3A-Säule dann auch wieder eine andere Gewichtung und da ist dann auch Amerika größer. Das wäre dann tatsächlich natürlich spannend zu wissen, um diese Frage zu beantworten. Wie du gesagt hast, was ist da genau in dieser 3A-Säule drin? Wir sehen hier als ETFs, sehen wir MSCI Emerging Markets EMI dabei und S&P 500 nochmal. Also das ist im Prinzip ja eigentlich auch, kann man auch unter Amerika einsortieren. Aber grundsätzlich finde ich es auch, fand ich es auch erstmal eine coole Geschichte, durch die Oma zum Investieren gekommen zu sein. Das hört man wirklich nicht so oft, dass die Oma sagt, hier, ich gebe dir 1.000 Schweizer Franken, aber nur unter der Bedingung, du musst das an der Börse investieren. Fand ich genial. Ich werde wahrscheinlich auch mal so ein Opa sein, der seinen Enkeln dann, sofern es welche geben sollte. Es wird schon bei der Tochter so sein, wenn ich ihr da mal Geld dann in die Hand drücke und dann vielleicht öfter mal mit dem Augenzwinkern so, ey, wie wäre es denn, wenn du das mal investierst, so stattdessen. Kann ich gut nachvollziehen, da hat sie auf jeden Fall, ja, also das muss man ihr da hoch anrechnen. Das war so der Ausschlaggeber fürs Investieren und dann gab es eine kleine Pause und dann später hat er sich wieder dafür interessiert. Von alleine, das ist eine nice Geschichte und ich glaube, ja, das passiert auch einfach. Ich kann das gut nachvollziehen, sodass man da zwischenzeitlich ein paar Jahre sagt, boah, nee, so keine Lust gerade und dann später geht es wieder weiter. Und dann flammt das irgendwie wieder so ein bisschen auf, kenne ich auch. Und dann sieht man ja, was aus diesen anfänglichen 1.000 Schweizer Franken letztendlich geworden ist. Ein stattliches Portfolio von 116.700 waren es vorhin noch. Ähm, jetzt bin ich gerade etwas, ja, es ist ein bisschen gefallen, 116.000 Schweizer Franken, äh, 326. Ähm, genau. Das sind halt die normalen Schwankungen so. Aber das ist schon sehr stattlich und, äh, ich glaube auch für jetzt so Schweizer, äh, schon wahrscheinlich ein etwas höheres Portfolio doch auch, oder? Ähm, also es kommt natürlich sehr darauf an, aber alles über 100.000 ist schon eher ein größeres Portfolio. Also, ja, weil da geht es ja um 100.000 letztendlich halt investiert. Wenn du jetzt aber so die 3A-Säule rausrechnen würdest, dann kommt es ja auf ungefähr die, ich sage jetzt mal, etwas weniger als die Hälfte, so um die 50.000. Äh, auch dann ist es immer noch groß, ähm, aber ja, es ist also, 100.000 investiert zu haben, ist schon eher mehr als der, der Durchschnitt investiert an der Börse letztendlich. Das ist schon, schon so. Ähm, ich habe mir mal kurz auch angeguckt, äh, weil er auch spezifisch gefragt hat zu Portfolio Performance, äh, was man hier besser machen könnte. Also, er hat hier jetzt zum Beispiel auch überall schön die Logos reingehauen, die Symbole, WKNs und so weiter. Ähm, bei den Diagrammen würde ich halt so gucken, dass man verschiedene Daten rein hinzufügt, zum Beispiel auch den, äh, also das Delta, ähm, seit der ersten Buchung zum Beispiel. Dann sieht man auch, wie der Gewinn ausschaut, die Gesamtsumme, allenfalls die einzelnen Portfolios, also das sind alles Möglichkeiten, ähm, wo man halt dann noch so ein bisschen mehr Übersicht reinbekommt. Das Delta habe ich immer sehr gerne grün, das ist so der Gewinn oder Verlust, den man gemacht hat. Da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, dann zur Frage, ob man bei SwissCode die entsprechenden Fremdwährungen in den jeweiligen Währungen abheben kann. Ähm, also ja, man hat ja ein Multivährungskonto mit allen möglichen Währungen von Euro, US-Dollar, Pfund, kanadische Dollar, alles mögliche und noch viele mehr. Ähm, soweit ich weiß, nein. Ähm, es gibt aber eben so eine, äh, Multivährungskreditkarte, ähm, aber da hat der Theodor-Jusuf Eisner auch gut ergänzt. Diese wird aber per Ende 2023 eingestellt und es wird eine Debitkarte geben. Also diese Kreditkarte wird es nachher nicht mehr geben, sondern es wird nachher eine Debitkarte, also eine ganz normale, äh, Karte letztendlich. Ähm, und ja, du kannst dann halt damit, äh, ja, also Zahlen und so weiter, aber abheben. Müsste ja dann theoretisch, weiß ich, eine Debitkarte ist normalerweise dann auch gehen. Ähm, also da muss man halt noch vielleicht kurz abwarten. Und jetzt speziell die Frage zum, ähm, Dollar-Raum, ja, also er würde ja liebend gerne, der liebe Silvan, den Schweizer Anteil. Weiter ausbauen, der jetzt aktuell bei 14% ist und ich finde das jetzt nicht mal allzu viel. Das ist eigentlich voll im Rahmen. Ähm, aber er sieht halt gerade die Chancen im Dollar zum Beispiel, weil der Schweizer Franken bei dem Dollar so stark ist, dass man halt wirklich gut vielleicht Währungschancen mitnehmen kann, ja. Also Währungsrisiken sind gleichzeitig auch Währungschancen. Und ich persönlich würde halt sagen, es kommt sehr darauf an, was in diesem 3A-Säule, äh, in diesem 3A-Säule-Investment drin ist. Es kann ja sein, dass jetzt zum Beispiel, ich habe auch ein 3A-Säule-Investment, was sich nur auf den Schweizer Markt, äh, konzentriert. Da habe ich dann irgendwie 30k drin knapp und das ist praktisch alles am Schweizer Markt investiert. Wenn das sowas ist, dann macht es vielleicht natürlich schon Sinn, äh, eher US-Amerikanische Titel zu nehmen. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwas Globales in diesem 3A, in dieser 3A-Säule drin ist, wo der Großteil auch wie der USA ist schon bereits, ähm, dann bin ich ehrlich, dann würde ich vielleicht eher so eine Tendenz haben, ich persönlich, äh, Schweizer Aktien weiter auszubauen. Und es kommt sehr darauf an, was in dieser 3A-Säule drin ist, meiner Meinung nach, oder wie die konkret aufgestellt ist. Und ich würde diese Entscheidung abhängig von dieser 3A-Säule, äh, machen. Ja. Das macht meiner Meinung nach auch im meisten, äh, Sinn, finde ich jetzt persönlich. Und, Punkto Eigenheim auch nochmal. Ähm, Ähm, ich habe erst gerade kürzlich so ein bisschen recherchiert zum Thema Eigenheim in der Schweiz. Und auch, äh, Heiraten und andere Geschichten. Es ist ja so, wenn ich jetzt die Zahlen richtig im Kopf habe, der durchschnittliche Bürger hier in der Schweiz, der sich ein Eigenheim leistet, und das ist ungefähr ein Drittel, also ein knapper Drittel oder so, also jeder Dritte, oder jede Dritte, äh, jeder Dritte Haushalt, also nicht jede Dritte Person, sondern jeder Dritte Haushalt, ähm, Ähm, der zahlt 212.000 Franken an, also das ist Eigenkapital, Eigenmittel. Mit der 3A-Säule hat, hat er jetzt schon, ähm, ich sage jetzt mal, ein gutes Viertel. Wenn er das gesamte Portfolio nimmt, hat er schon die Hälfte, ja. Und, also das heißt, die Immobilie, die sich dann die meisten holen, ist ungefähr um die 700.000 plus, minus, also schwer oder groß in dem Bereich. Das bedeutet allerdings, wenn du so diese Durchschnittszahlen nimmst, dann kannst du Zürich oder andere Städte, die etwas größer sind, eigentlich vergessen in der Schweiz. Das heißt, du bist so ein bisschen außerhalb, so ein bisschen ländlicher in der Agglomeration. Und das ist durchaus möglich, finde ich persönlich. Aber, ähm, für die meisten wird das wahrscheinlich schon so sein, dass die 3A-Säule einen Großteil dazu beitragen wird, wenn sie sich ein Eigenheim holen wollen, das dann auch tun. Und sehr oft sind das dann vielleicht auch zwei 3A-Säulen, also von Mann und Frau oder von Lebenspartner und Lebenspartner, wo dann zusammengelegt wird und dann eben diese 2, 212.000 im Durchschnitt hingeblättert werden an Eigenkapital, genau. Das noch so am Rande, wenn wir eh schon beim Eigenheim sind. Also es ist tatsächlich nicht leicht, weil ansonsten würden es deutlich mehr als nur ein Drittel der Schweizer tun. Ja. Hm, das ist schon nicht billig, ne? Und Eigenheim bedeutet nicht Haus per se, sondern Eigenheim kann auch eine Eigentumswohnung sein, ja? Mhm. Also das, äh, muss hier auch nochmal gesagt werden. Also Eigenheim ist nicht automatisch gleich Haus. Ja, das stimmt. Ich denke auch beim Hauskauf, denke ich auch, also vor allem an beides. Jetzt nicht für mich, sondern immer wenn es um das Thema geht, irgendwie so, ja, Wohnung, weil, äh, ich kenne auch viele, die einfach echt eine Wohnung haben. So, es gibt ein paar, die haben Haus, das ist aber echt wenig. Und, äh, die meisten, eigentlich die meisten haben eine Wohnung, die ich kenne. Kennst du da so die Zahlen aus Deutschland, oder kennt jemand auch aus dem Chat die Zahlen aus Deutschland, wie die Eigenheimquote ist? Ich würde aber schon schätzen mehr, mehr als in der Schweiz, weil ich hab im Kopf, dass, dass Deutschland nicht ein Mieterland ist. Und ein Mieterland bist du in dem Moment, bist du sicher? Weil in dem Moment, wo über fünf, also halt das, was über 50 Prozent ist, ist halt dann, also ich dachte, über 50 Prozent haben ein Eigenheim. Oder, oder habe ich das falsch gekauft? In Deutschland? Nee, 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 nee. Also das, das bestimmt nicht. Also nicht jeder zweite Haushalt, nee, nee. Ah, nee, 42 Prozent, ich seh's jetzt hier grad, ich hab's kurz gegoogelt. Also 42 Prozent wohnt im, ähm, in den eigenen vier Wänden und 57,9 Prozent sind Mieterhaushalte, genau. Ja. Nee, nee, also mir ist Deutschland auch bekannt als ein Mieterland, doch, ja. Es gibt da so andere Länder, ich glaub da, wenn du dann so in die mediterrane Gegend kommst oder, äh, grundsätzlich, äh, iberische Halbinsel oder so, ich glaub da ist dann eher so, dass es eigentlich normal ist, ein Haus zu, wirklich zu besitzen, ein Haus zu kaufen. Mhm. So Portugal, Spanien, was weiß ich, wahrscheinlich auch Italien, könnte ich mir vorstellen. Aber da lehne ich mich schon wieder aus dem Fenster. Portugal und Spanien bin ich mir relativ sicher. Gucken wir mal Italien nach. Guck mal, guck mal Italien. Ja, also 73 Prozent im selbstgenutzten Wohneigentum, ganz klar, Eigenheimland. Brasilien, also ich find's jetzt nicht, Portugal, auch in Portugal fast 80 Prozent im Eigenheim. Jetzt interessiert mich auch gleich noch Ungarn. Ungarn, 91 Prozent, 91 Prozent wohnt im Eigenheim, holy shit, holy shit, das ist ja ganz krass. Das heißt, also, nur jeder Zehnte wohnt zur Miete in Ungarn, wow, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wow. Das zeigt halt auch mal wieder, das liegt wahrscheinlich einfach an den Preisen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und checkt nochmal Griechenland. Okay, Griechenland, ich seh schon Weltraumstaub, haut raus. Ja, genau. Griechenland. Schaff ich das eigentlich mal hier auch richtig zu schreiben oder bin ich jetzt kaum, ja, komm. Wir sind bei Griechenland. Statistik ausklappen bei 73 Prozent. Ah, hier haben wir eine coole Liste. Albanien, 96 Prozent, Eigenheimquote. Rumänien, 95 Prozent, Ungarn ist auf Platz 5. Also, wahrscheinlich die Länder, wo halt tatsächlich auch so der Ostblock letztendlich, das ist ja alles so ein bisschen im Osten, da wohnt praktisch jeder im Eigenheim. Und je weiter, also Schweiz ist zu unterst, Schweiz ist wirklich zu unterst, 42,3 Prozent und das ist, glaube ich, eine aktuelle Statistik von 2021. Deutschland ist auf dem zweituntersten Platz, dann Österreich, also, wobei Österreich über die Hälfte der Leute, 54 Prozent, in Eigenheim leben. Krass. Ja, also, wir sind hier das Schlusslicht, Deutschland und die Schweiz. Und zwar extrem, wenn man das so sagen darf. Tja, tja. Es sind so ein paar Sachen, habe ich jetzt nicht gesehen, sowas wie Norwegen, zum Beispiel, war jetzt nicht auf der Liste drauf. 80 Prozent. Ach so. 80 Prozent. Ach so, deswegen, weil das so weit oben war. Okay, wir waren jetzt weiter unten unterwegs. Genau. Ja, das ist klar. Ja, gut. Okay, krass, ja. Also, ich würde jetzt einfach mal sagen, also mit diesem Portfolio und, ich muss noch mal ganz kurz gucken, der liebe Silvan ist ja jetzt aktuell 33. Es ist durchaus möglich, aber er muss, wenn er das jetzt, ich sage jetzt mal noch in, noch um die, mit um die 40 schaffen möchte, in den nächsten zehn Jahren schaffen möchte, muss er noch ein bisschen was ranklotzen. Ja, also er lebt ja und arbeitet in der Schweiz, wird durchaus möglich sein. Wenn er jetzt die nächsten zehn Jahre nochmal ranklotzt, dann wird der liebe Silvan mit Anfang 40 durchaus sich ein Eigenheim leisten können und dann aber sogar immer noch ein bisschen was in Aktien und Co investiert haben. Weil ich würde jetzt zum Beispiel nicht, ab dem Moment, wo ich den Gesamtbetrag erreicht habe, das ganze Depot oder was auch immer liquidieren, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen, nur um das Eigenheim zu finanzieren. Wäre schade auf jeden Fall. Genau. Aber ein bisschen was, ein bisschen was würdest du abzwacken davon auch? Ja. Ja, also ein bisschen was würdest du abzwacken, aber hauptsächlich. Ja, also die 3A-Säule vor allem. Wie würdest du dir vorgehen? Also ich würde konkret, also das ist ja auch so ein bisschen meine Situation, ich würde natürlich die ganze 3A-Säule am Ende des Tages oder zumindest einige 3A-Säulen, man sollte ja fünf haben, definitiv dafür aufopfern. Ja, sollte ich im Portfolio Geld auscashen müssen, also ich rede jetzt nicht von der 3A-Säule, sondern wirklich von den Einzelaktien oder anderen Investments und Co, die ich sonstig tätige, würde ich maximal so einen Drittel davon liquidieren. Das heißt, wenn ich jetzt 50.000 drin habe, würde ich ungefähr maximal 17.000 davon liquidieren und zwar so, dass es ungefähr gleichmäßig ist, plus minus, ja. Und halt die 3A-Säule dann entsprechend dafür nutzen. Im Idealfall dann auch nicht alle 3A-Säulen konnten, aber das ist dann so die Luxusvariante, weil man halt schon sonst einfach schon gut rangeklotzt hat. So, genau. Oder weil ich meine... So oder so, ja. Genau, weil ich muss mir ja zum Beispiel auch ausrechnen, zum Beispiel in den nächsten sieben Jahren kann ich noch im Schnitt 50.000 in die 3A-Säule einzahlen, plus allenfalls auch die Rendite, die ich gemacht habe, plus ich habe ja schon bereits irgendwie 50.000 in die 3A-Säule, das heißt, ich habe dann in sieben Jahren ungefähr 100.000 eingezahlt. Und ich weiß aber, dass zum Beispiel ich vielleicht noch ein bisschen Rendite gemacht habe und ich kann dann halt ein, zwei oder drei der 3A-Säulen konnten auflösen dafür. Also nicht auflösen, aber halt für das dann verwenden. Genau. Und man hat ja auch immer den Lebenspartner, wo man dort auch die 3A-Säule füllen kann. Also hat man das eigentlich doppelt gemoppelt. Also man hat die 3A-Säule eigentlich dann doppelt sozusagen. Also hat man bis zu dem Zeitpunkt dann schon mal auf jeden Fall die 200.000, wenn man das zu zweit macht. Ja. Und halt über mindestens so 12 bis 13 Jahre hinweg. Genau. Ja, ansonsten hast du Verbesserungsvorschläge für dieses Portfolio? Also ich würde jetzt persönlich als Reimer auf Portfolio-Performance-Basis würde ich einfach mal reinschreiben, was das überhaupt führen. 3A-Säule-Depot ist, vielleicht allenfalls noch aufteilen, wenn möglich, dass man das halt so ein bisschen sieht. Es gibt ja auch 3A-Säule-Konten, wo es mehrere Fonds sind in der 3A-Säule. Und das so ein bisschen aufsplitten. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt einfach mal so die Asset Allocation anschaue, finde ich die eigentlich ganz in Ordnung. Also sehe ich jetzt nicht so ein großes Manko oder irgendwie, was man jetzt stark verbessern könnte. Und ich finde jetzt auch nicht, dass jetzt mit 14% Schweiz großes Homebuy ist. Da ist klar, es ist der größte Chunk, aber ist jetzt immer noch überschaubar und jetzt nicht irgendwie riesig, riesig. So klumpenrisikomäßig sehe ich jetzt hier nichts. Zu den einzelnen Titeln, also ich meine, wenn man sich das mal anguckt, das sind irgendwie 30 Titel oder so 25 Titel ungefähr, plus minus. Und so teilweise die kleinsten Positionen sind nicht mal 1% groß. Und würde ich tatsächlich gucken und fragen, ob sich das lohnt bei dieser Positionsgröße. Ja, dann auch sowas wie Penny Stocks, Meier Burger, das ist so der Burger. Ich kann das nicht aufsprechen, ist ja egal, ist eine Schweizer Aktie. Ich habe das auch schon mal gehört. Das ist eine Schweizer Aktie, so ein klassischer Penny Stock. Und ja, die Frage ist halt so, klar, ich checke es. Kann man haben, kann man machen, aber das sind so einige Unternehmen, die ich jetzt überhaupt... Das sind seine Zocks. Genau, aber die hätte ich jetzt, sind jetzt Unternehmen, die ich jetzt überhaupt nicht drin in einem soliden Dividenden-Cashflow-Portfolio, was er auch zumindest vorhat. Und was ich auch gesehen habe, aber das sagt er auch selber, er schließt die Trades relativ, ja, zügig, wenn ich das so sagen darf. Ich finde persönlich so schwierig, also ich würde es jetzt nicht so machen, aber er macht es jetzt halt so. Und das ist halt einfach eine völlig andere Strategie. Also ich bin der Meinung, dass die Trades einfach viel zu schnell geschlossen werden. Also hätte ich jetzt hier mal so Tesla gekauft und dann drei Monate später verkauft. Solche Geschichten halt für 400 oder 500 Gewinn. Oder hier auch innerhalb von zwei Monaten gekauft, verkauft. Würde man jetzt wahrscheinlich, klar, im Nachhinein ist man schlauer, aber würde man so zusammenrechnen, hätte er einfach nur gekauft und nicht verkauft, hätte er wahrscheinlich deutlich mehr Gewinn im Portfolio. Und das Portfolio wäre heute wahrscheinlich größer. Aber eben, das schreibt er so, dieses Hin und Her möchte er ja jetzt eher unterlassen und nicht mehr so oft machen. Also das Learning ist ja schon da. Aber man muss das schon sehr konsequent dann auch durchführen, sozusagen. Das ist jetzt so das, was mir einfach auffällt, dieses sehr oft Auf- und Zumachen und eben gewisse Trades wurden ja erst gerade noch vor einem, zwei Monaten zugemacht, sozusagen. Also es ist schon noch sehr aktuell und recently. Wobei ich sage, also wenn es jetzt um so nebenbei Zocks geht, im Satelliten zum Beispiel, ne, da drücke ich auch gerne ein Auge zu, so ich habe sowas ja selber gemacht vor einiger Zeit. Habe ich den, habe ich, habe ich einen ETF auf den Nasdaq 100 einfach gekauft, weil er gerade am Boden war. Und dann dachte ich so, ich glaube da nicht dran, dass das ewig so andauert und habe dann auch nur ein paar Monate gewartet. Es war maximal irgendwie, boah, weiß ich nicht mehr, müsste ich gucken, aber wahrscheinlich so maximal sieben Monate, irgendwie ein halbes Jahr. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich da meinen Gewinn mitgemacht, fühle ich mich gut, meinen wirklich sehr geringen Gewinn. Ich glaube, ich war sogar im Sparplan, bin ich rein und habe dann irgendwie 20 Euro oder so. Aber das war halt wirklich nur des Zocks wegen, ja, und nicht wegen irgendeiner soliden Investmententscheidung. So was muss auch mal Platz im Portfolio haben dürfen, wenn es halt so um so kleine Summen geht. Weißt du, damit, wie er ja selbst geschrieben hat, der Spieltrieb so ein bisschen ausgelebt werden kann. Und das richtige Investieren macht man dann halt mit den großen, mit den eigentlichen Summen. Ja, aber ansonsten, ich glaube, wir haben auch alle Fragen beantwortet oder zumindest so gut wir können. Ja, wenn ihr euer Portfolio sehen wollt, dann gerne an info.sparkbio.ca, eure Portfolio-Performance-Datei, Parkett- oder GetQuinn-Link und mit einem PDF mit eurer, ja, Vorstellung, Zielsetzung und Co. Situation, damit wir auch so ein bisschen Background-Infos zum Ganzen haben. Genau. Exakt. Ich habe was, weißt du, ich habe manchmal so Momente, da interessiere ich mich für so klein, weil er jetzt auch mit Cashflow kam, Cashflow interessiert ist, habe ich mir so gedacht, und das ist eine sehr einfache Rechnung, jetzt aber nur zur Veranschaulichung, wenn ich jetzt 1.000 Euro investiere. Genau. Um so kleinteilig einfach mal aufgeschlüsselt zu haben, was bedeutet das eigentlich so? Also wie meinst du, 1.000 Euro in was? 1.000 Euro, ich sage jetzt mal in den Vanguard-Fuzzi. Entschuldigung, bei mir geht es immer um, meistens um den Vanguard-Fuzzi. Und wie viel, weißt du, passives Einkommen kriegt man dadurch zum Beispiel mit Dividenden? 20er. Genau. Ist relativ easy. Wenn du nur 100 investierst, sind es 2 Euro. Das hört sich schon sehr, sehr bitter an. 1.000 mit 20 Euro hört sich da schon besser an im Jahr. Das heißt, wenn du ein 20er pro Monat möchtest, dann musst du 12.000 investiert haben oder investieren zusätzlich. Wenn du jetzt nicht nur die Dividenden, sondern insgesamt mit Kursgewinnen das schaust, na gut, wo sind wir dann? Zwischen 7 und 9 Prozent. Ja, nehmen wir 80. 70, nehmen wir 80, genau. Da sind wir in der Mitte, sind wir wahrscheinlich bei einem insgesamten Gewinn von, also insgesamt Rendite, Totalrendite von 80 Euro pro Jahr für 1.000 Euro. Und das einfach mal so, nur nochmal zur Veranschaulichung. Manchmal, ich weiß, es ist super banal, aber einfach manchmal im Alltag denke ich mir einfach, boah, ja, eigentlich müsste ich mal wissen, wie viel kriege ich denn, wenn ich jetzt hier so 1.000 Euro investiere. Und dann überlegt man kurz und dann weiß man, ah ja, 20 Euro Dividende. Ah ja, okay, aber im Jahr, das ist ein bisschen wenig, muss ich mehr investieren. So, weißt du? Aber ist ja auch schon mal was. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie viel musst du für 20 Euro arbeiten? Also wie viel Zeit? Richtig, richtig. Das ist so der Nächste, finde ich persönlich. Ganz genau, ganz genau. Und dann findet man schnell heraus so, dass das passive Einkommen mit jetzt Aktien an der Börse gar nicht so leicht ist, gar nicht so easy zu realisieren und dass man deutlich besser mit ganz normaler Arbeit verdient. Vor allem deutlich schneller. Vor allem deutlich schneller und da erschließt sich der Kreis, das sagst du ja auch häufig, einfach guckt, dass ihr das Einkommen erhöht. Das ist der größere Hebel als dem passiven Einkommen an der Börse. Der Silvan S, er schreibt auch, danke für den Input, sehr, sehr gerne. Ja. Ja, ja. War das dir nicht klar? Mir war das jetzt nicht hundertprozentig klar, weil, ja. Es gibt ja, Silvan ist ja schon, also einen Namen, den gibt es auch öfters, weißt du? Ach so. So wie Thomas. Thomas ist jetzt auch so ein Allerwills-Name. Das könnte ja per Zufall ein anderer Silvan sein. Ja, mir war es klar, als er geschrieben hat, ich betrachte mein Depot immer ohne die 3A-Säule. Ah, ich habe das, ich habe das gar nicht, ah, da habe ich das gleich überlesen. Da, da wusste ich, da wusste ich, okay, das, das ist der Silvan. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil da ändert sich ja wahrscheinlich nicht, nicht allzu viel. Und ich habe jetzt auch, meine erste Amtshandlung eigentlich auch, nachdem ich das gesehen habe, die 3A-Säule ist irgendwie 50% des Portfolios, habe ich auch erst mal umgeschaltet auf das Swissquote-Depot, um die einzelnen Aktien da besser im Blick zu haben. Was haben wir noch im Chat? Wir können ja noch reinschreiben, wer in einem Eigenheim wohnt, zumal die Quote ausrechnen hier im Chat. Und wer zur Miete wohnt. Minus ist eine Miete und Plus ist das Eigenheim. Oder mach eine Umfrage. Oder eine Umfrage, ja. Dann kriegen wir es gleich korrekt angezeigt. Dann müssen wir nicht raten und rechnen. Direkt beides noch für die Interaktion. Absolut, ja, absolut, okay. Mieter war Minus, ne? Ja, Mieter ist Minus. Und jetzt kann man direkt auch noch abstimmen. Steuern beachten bei der Auflösung der Säulen. Gibt es da, müsst ihr da tatsächlich Steuern zahlen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also beim Auszahlen normal schon, ja, wenn du halt dann das Alter erreichst und das auszahlst. Aber ich glaube, wenn du ein Eigenheim anzahlst, dann gibt es nochmal spezielle Regelungen, glaube ich. Weil das auch nochmal zusätzlich subventioniert ist. Aber da bin ich jetzt tatsächlich überfragt, weil ich das selber noch nie gemacht habe. Und da muss man sowieso, das muss man dann eh genauestens angucken. Hey, da sind doch schon ein paar, die im Eigenheim leben. Also es ist gerade so ein bisschen, also zumindest im Chat ist es gefühlt 50-50. Aber ich sehe ja schon die Umfrage, ich sehe ja schon die Umfrage, die sieht deutlich, deutlich anders aus. Deutlich, deutlich anders. Ja. Lassen wir noch ein bisschen laufen, die Umfrage. Mhm. Aber ich habe mir auch schon... ...die ich investieren würde, das wäre der Vanguard-Fuzzi-All-World-ETF. Ich habe mir halt auch schon so Gedankenspiele gemacht. So richtig geil wäre es, wenn du halt ein Eigenheim hast und die Dividenden netto, also die gesamte monatliche Raten inklusive Rücklagen und so weiter von deiner Immobilie decken vom Eigenheim. Also wenn dein Portfolio so groß ist, nehmen wir jetzt mal an, hier in der Schweiz, du kassierst mit deinem Portfolio 4.000 netto pro Monat. Und du hast ein Eigenheim, das dich auch 4.000 oder maximal 4.000 pro Monat kostet, mit Rücklagen, mit Zinsen, mit Tilgung, mit allem. Und sozusagen dein Dividendenportfolio, deine, also dein Eigenheim trägt. Das ist halt so. Das ist auch ein Eisner. Und das, was du halt zum, also das, was du durch Arbeit verdienst, ist dann das Geld, was du halt, also zum Essen, Trinken und so weiter, Ferien und so weiter nutzen kannst und dann noch die Sparquote halt, um halt weiter zu investieren. Denn, dass das, dass du dann wieder noch mehr Dividende hast, die auch noch mal mehr ist als nur die Eigenheimrate. Das wäre so das Nonplusultra, was ich mir so vorstelle. Und weißt du, was noch mehr Nonplusultra wäre? Was? Einfach so viel Geld zu haben, dass du gleich die ganze Immobilie kaufen kannst. Ja, aber zum Beispiel in der Schweiz ist es halt... Ohne Finanzierung, ohne... Ich muss sagen, in der Schweiz... Ja gut, okay, du willst jetzt Steuern sparen. Ja, stimmt. In der Schweiz macht es halt nicht so krass Sinn. Also in der Schweiz willst du halt dann echt eigentlich immer, immer irgendein, also immer noch eine Hypothek drauf haben. Bewusst. Und zwar, klar muss man dann optimieren und wie viel Prozent genau soll die Hypothek sein vom Gesamtbetrag. Aber du willst in der Regel halt nicht komplett abbezahlt haben. In der Regel. Aber wo da genau der Sweetspot ist, das kommt wahrscheinlich auf Kantonen an, auf Gemeinde an, auf Größe an. Und das kann man pauschal nicht sagen. Okay, ich darf mich wohl nicht rausreden mit einem ETF. Man muss eine einzelne Aktie nennen, in die man investieren würde. Oh, ist schwierig. Für welche Aktie würdet ihr euch entscheiden, wenn ihr jetzt in eine investieren müsstet? Also ich sage es nicht für dich, ja? Okay. Nee. Für mich? Ja. Ja, welche? Nestlé. Nestlé? Ja. Hätte ich jetzt auch wirklich gesagt, ja. Ja, das ist auch klar. Und was würdest du für mich sagen? Machen wir es so rum. Ja, das ist jetzt schwierig, so. Weil eben, es muss eine Aktie sein. Es muss eine Aktie sein. Alter, das ist jetzt sehr schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Ich meine, es muss auch was grundsolide sein. Es kann ja nicht irgendwie was... Ja, das ist schon grundsolide, aber ich weiß jetzt nicht... Also es ist sicher irgendwas Consumer-mäßiges wahrscheinlich, oder? Oder bin ich schon mal richtig? Wer ist Consumer? Ja. Ja. Ich hätte jetzt tatsächlich auf sowas wie Coca-Cola getippt. Okay, das ist schon mal falsch. Nein, ich bin überfragt. Aber ich hätte jetzt Coca-Cola, hätte ich gesagt. Oder irgendwas Consumer-mäßiges. Ja. Nee, ich glaube, Coca-Cola wäre mir zu flat irgendwie. Ähm, was hättest du denn? Also ich wäre wahrscheinlich doch irgendwie dann so in... Weißt du, ich hab so Microsoft oder Apple tatsächlich dann im Kopf. Sogar. Aber du hast ja die Titel gar nicht im Portfolio. Das stimmt. Das macht ja gar keinen Sinn. Doch, total. Weil ich hab den Vanguard Fuzzi All World und die sind da auch zu einem großen Teil, also zu einem genügend großen Teil drin. Ist ja klar. Ja, also Apple hättest du Apple gesagt, wäre das für mich auch okay gewesen. Weil Apple und Nest, also das wäre jetzt auch noch so in dem Bereich. Da hätte ich auch nichts dagegen. Ja, ne? Aber in der Realität machst du das halt nicht, weil das einfach zu risky ist. Ja, genau. Egal, wie gut das Unternehmen ist, ja. Auch wenn es eine Nestle ist, das machst du halt einfach nicht. Und, ähm, ja. Aber es sind halt tolle, interessante Gedankenspiele. Aber es ist halt interessant so, ne? Ja, auf jeden Fall. Man hört halt dann so raus, so auch jetzt hier wurde Unilever geschrieben. War es Telefonica in Deutschland? Glaube ich nicht. Das glaube ich ja jetzt nicht. Drei Groschen. Das war die beste Aktie. Ähm, man hört halt so raus, was die, was die beliebtesten Aktien bei den Leuten sind. Der Johannes bei der Allianz. Wo am meisten Vertrauen, äh, drin ist. Allianz? Da, da wurde doch schon gesagt, die kann nicht, da kann nichts passieren. Die, die kann überhaupt nicht pleite gehen. Das, äh, ist doch so ein, so ein Bruch. Wenn der einmal, wenn der einmal gebracht wurde, dann, äh, ist das gerade deshalb gefährlich. Äh, wie ist 4Vampire, schreibt, by the way, hört niemals auf, ihr beiden, ihr macht das super. Das ist der Plan. Danke. Lieben Dank. Ne, wir haben echt vor, also auch noch mit, äh, 60, 70, wenn wir in Rente sind hier, ähm, wohlverdient, dann irgendwann. Und nebenbei natürlich weiterarbeiten, ist klar, Thomas, du sowieso. Und dann schön noch Dividende einkassieren. Genau. Dann, selbst dann werden wir hier, äh, und sei es mit dem Gebiss irgendwie, äh, werden wir uns hier noch vor die Webcam setzen. Und, äh, den Dividenden Dienstag oder Donnerstag oder irgendwas machen. Ja, später ist das nicht mehr mit Webcam, das ist dann so mit Direkt-Dive mit Brille oder keine Ahnung was. Neuro-Dive. Ja, 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 VR. Wir treffen uns dann im Metaverse. Nee, das ist, VR ist dann schon wieder alt, weißt du? Ach so. Das ist ja in 30 Jahren, 30, 40 Jahren, da passiert noch viel. Nein, stimmt, stimmt. Wir machen dann einfach per, per Telepathie funktioniert das Ganze dann. Und jeder nimmt direkt teil an den Gedanken des anderen. Und das wird so wirr, Leute, das wird so, äh, unnormal. Nee. Also, da, da hab ich echt ein bisschen Respekt davor, wenn man irgendwie Gedanken, äh, also direkt so was im Hirn hat, womit man, also WhatsApp im Hirn. So. Mit dem Neurochip, den der liebe Elon jedem implantieren will. Also, das, das, das ist ja dann ganz wild, will ich mal jetzt neutral sagen. Wie lange läuft das schon, ähm, der Dividenden-Donnerstag, respektive Dividenden-Dienstag? Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit gut fünf Jahren. Etwas mehr als fünf Jahre, glaube ich. Ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 2018, äh, Sommer 2018. Ja. Genau. Also, ziemlich genau fünf Jahre wahrscheinlich, ja. Ja. Können wir mal gucken, äh, wann wir unser erstes Kooperationsvideo gemacht haben auf YouTube. Ja, und dann irgendwie einen Monat später haben wir, haben wir den Dividenden-Dienstag ins Leben gerufen. Damals noch nur auf Instagram. Ja. Heute auf YouTube. Exklusiv. Ja. Exklusiv. Exklusiv. Ähm. Was haben wir denn noch? Äh, als Info hier von Theodor Josef Einsring. Nestle dümpelt etwas, weil die EU die Alu-Kapsel verbieten will. Nespresso und Kaffee, Dolce Gusto. Ja, Nespresso, also allgemein, also, so diese Kapsel-Kaffee ist ein Big Chunk von Nestle. Aber auch so Katzen, also Katzen oder Tierfutter und Co. ist auch ein Big Chunk. Das wird nicht leicht. War bei dem Release dabei, wie es vor Vampire schreibt hier, echtes Stapel. Ist auch ein Statement zum Dividenden-Donnerstag, Dienstag. Was, wo, wo war er dabei? Äh. Achso, war beim Release dabei. Ja, also damals noch, also bei den ersten, ja. Wow, wow, krass. Krass. Warte. Warte. Mein Herz. Heute kriegst du das Herz. Letztes Mal war es Joachim Blar, weil er zwei Stunden lang ein Video gesucht hat. Heute bist du es. Fürs seit Anfang an dabei sein. Wie ist vor Vampire, Grüße hinaus. Ähm, wir haben hier, also ihr könnt gerne noch ein paar Fragen reinhauen. Wir machen noch bis Punkt. Äh, hier schreibt, also wie ist vor Vampire, fragt noch Thomas, willst du ein Haus? Ähm, irgendwann würde ich es jetzt nicht ausschließen, kategorisch. Aber jetzt gerade aktuell, nein. Das wäre mir einfach zu teuer. Gerade aktuell so. Thomas ist da noch zu broke. So, wie schlimm sich das anhört. Ja, du hast halt so ganz viele Faktoren, ähm, äh, wo du halt Punktu auch, also du kannst ja schon mit, nehmen wir jetzt mal an, du hast 500.000 Franken und du zahlst 30 Prozent an oder genau ein Drittel, 33 Prozent. Dann kriegst du ja nochmal eine Million als Kredit. Ja, also 1,5 Millionen kann das Haus kosten. Das Problem ist meistens, diese Million musst du ja dann, also das, das muss tragbar sein. Das nennt sich die Tragbarkeit. Das gibt es bei euch in Deutschland sicher auch, vielleicht heißt es anders, aber es ist die Tragbarkeit. Und die ist abhängig von eurem jährlichen Einkommen oder halt je nachdem auch Haushaltseinkommen, wenn ihr verheiratet seid. Und, ähm, meistens ist es tatsächlich sogar so, dass es nicht an den Eigenmitteln hapert, sondern, ähm, an der Tragbarkeit. Und die Tragbarkeit wird deutlich kleiner, also der Betrag wird kleiner, je mehr Eigenmittel ich habe. Wenn ich also rund eine Million, ähm, anzahle und nur noch 500.000, äh, für die Hypothek brauche, dann ist die Tragbarkeit viel einfacher. Aber natürlich, die meisten haben jetzt nicht eine Million als Anzahlung. Und darum hapert es tatsächlich dann meistens nicht bei, bei den Eigenmitteln, also beim Minimalbetrag von 20, respektive 25 Prozent, sondern an der Tragbarkeit, dass das Gehalt oder das Einkommen, äh, der Familie oder halt der einzelnen Person zu niedrig ist, um die Tragbarkeit zu gewährleisten. Und jetzt mal, es gibt schwierige Berechnungen, aber so Daumen mal Pi kann man sagen, ähm, also diese Hypothek, also einfach diese monatliche Quote mit Tilgung, Hypothek und Zinsen und alles, die man zahlt, darf maximal ein Drittel vom Jahreseinkommen sein. Also wenn du 100.000 verdienst, darf es maximal 33.000 pro Jahr sein, die du halt zahlst. Ansonsten ist die Tragbarkeit nicht gewährleistet, ja. Das ist jetzt einfach gerechnet, da sind andere schwierige Multiplikatoren und schieß mich tot mit dabei, aber das ist so die Faustregel, wo man so ein bisschen sich dran halten kann. Äh, das auch noch so, 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 so ein bisschen als Input an dieser Stelle. Und darum realistischerweise muss man dann sagen, okay, wenn ich jetzt sehe, okay, das, was ich haben möchte, kostet 2 Millionen und ich kann halt, keine Ahnung, 600.000 anzahlen, das sind irgendwie 30%, oder? Ja, das sind 30% ich anzahle. 1,4 Millionen Kredit letztendlich und dass du hier eine Tragbarkeit bekommst, da musst du halt mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar fast schon irgendwie gefühlt drei, vierhunderttausend pro Jahr, ähm, an Einkommen oder sogar auch eine halbe Million an Einkommen generieren, dass du überhaupt mit dieser niedrigen Anzahlung, also Eigenmitteln, überhaupt dann den, also die Hypothek bekommst, tatsächlich. Ja. Einfach, um das so ein bisschen realistisch zu, äh, zu betrachten. Mhm. Genau. Das ist eine ganz coole Faustregel, ich kenne das leider nicht für, äh, Deutschland, damit kann ich nicht dienen. Aber da gibt's halt sicherlich, also das heißt ja, glaube ich, auch bei euch Tragbarkeit und sonst, wenn's, es wird einen anderen Begriff geben, aber es wird eh nicht ablaufen. Ja, ich kenne das unter einem Oberbegriff Kreditwürdigkeit halt einfach. Nee, Kreditwürdigkeit ist was anderes. Nee? Ach so. Kreditwürdigkeit ist halt, ähm, ob du schon auch in Vergangenheit Kredite nicht zurückgezahlt hast, solche, also so, 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 also das zählt dann zur Bonität. Ja, also Kreditwürdigkeit kann, also muss nicht heißen, dass du, äh, jeden Betrag bekommst, aber grundsätzlich, wie ist so deine Zahlungsmoral, so. Und das andere ist eben die Tragbarkeit und die ist spezifisch auf Immobilien. Ob das tragbar ist, dass du jetzt dieses Haus für diese Größe kaufst und diese Hypothek bekommst. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel für eine Million ein Haus kaufst und 950.000 anzahlst, also nur 50.000, da kannst du noch so wenig, das wird für jeden tragbar sein, weißt du? Weil halt dann die Hypothek so klein ist, aber dann wird dich der Bankberater auch fragen, ja, was ist denn eigentlich mit dir los? Wieso willst du dir für die 50.000 jetzt noch eine Hypothek aufnehmen? Das macht ja absolut gar keinen Sinn. Steuern. Das ist der Sweet Spot, den ich, den ich treffen muss. Denkt an den Daumen, der bringt extra viel Rendite, kann es nicht erklären, ist aber Tatsache, sehe ich auch so. Immer den Daumen da lassen. Das ist auch, glaube ich, wissenschaftlich bewiesen. Du hast es vorhin auch gesagt, ähm, ihr fragt jetzt gerade jemand, Einschätzung allgemeiner Bärenmarkt. Die Börse ist ja so ein bisschen wieder auf Rücksetzer-Modus, oder? Boah, ist da, ist da jemand müde? Wir haben, wir haben das nicht gesehen. So, warte, ich mach mal meinen, ähm, ich mach mal meine Übersicht auf hier. Gucken wir uns doch mal den Fear and Greed Index an. So, let's see. Wir sind auf neutral. Und wir waren doch noch bei Extreme Greed. Gutes Zeichen. Als wir das letzte Mal, äh, den uns angeschaut haben, waren wir bei Extreme Greed. Ich hab zwischendurch, muss ich gestehen, auch mal gespickt. Da waren wir dann auf Greed zwischenzeitlich. Und jetzt guck ich wieder und wir sind neutral. Und das ist, äh, das, äh, finde ich ja gar nicht so schlecht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und der Vanguard FTSE All World, also Weltgesamtmarkt, ist, äh, auch wieder gefallen. Da waren wir ja zwischenzeitlich hier mal bei einem Kurs von 105 Euro. Respektive 96,90 in Franken. Genau. Und jetzt sind wir bei 101,35 Euro aktuell, ähm, was ich hier sehe. Ähm, also geht, geht wieder in die andere Richtung. Und, äh, das war erst heute, als ich mir dann auch gedacht habe, hm, ich glaube, ich muss mal wieder ein paar Euros in die Startlöcher schieben, ähm, um da, ähm, dann ordentlich was investieren zu können. Auf jeden Fall. Also, also da, da, die, die ersten Euros sind schon da, vor, äh, vor einer Woche oder zwei habe ich die überwiesen, aber das ist noch zu wenig. Ähm, für das, was jetzt passiert, offenbar, muss ich noch ein bisschen mehr. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe das die letzten ein, zwei Wochen, bin ich jetzt so mit dem Umzug beschäftigt gewesen. Ich habe absolut keine Peilung. Also, ich bin ganz ehrlich, ich muss jetzt wirklich mal raushauen, absolut keine Peilung. Ja, also wie es jetzt gerade, es läuft gerade alles so ein bisschen automatisiert mit Sparplänen. Wir sind jetzt bald im Büro fertig und, ähm, dann geht es wieder ordentlich in den Markt rein, ähm, thematisch sozusagen für mich. Aber das sind halt auch mal solche Phasen und da merkt man auch immer wieder ganz schön, wenn du halt ein diversifiziertes Portfolio hast, dich alle Eier in einen Korb hast, Sparpläne hast, Dinge automatisiert hast, ähm, Daueraufträge hast, dann kann da eigentlich gefühlt alles so ein bisschen an der Börse passieren. Das lässt dich relativ kalt und wenn du noch ganz normal arbeitest, dann ist das alles kein, kein Problem. Ja, also genau, vielleicht nochmal überblickmäßig, S&P 500 ist jetzt seit 14. August, da waren wir nochmal bei da oben, äh, um 2% gefallen. Bitcoin interessanterweise ist auch, äh, ist auch down und zwar heute, äh, ganz besonders nochmal ein Dip, äh, hingelegt. Insgesamt gucken wir mal seit, seit 14. einfach hier, ähm, ja gut, minus 3% ungefähr insgesamt. Ethereum natürlich geht auch mit weiter, ähm, was gibt's noch Interessantes? Goldpreis, Goldpreis geht auch gerade, also ich guck mich nochmal die Woche an. Auch runter, ja. Wow, das ist ja auch toll. Da will ich jetzt demnächst wieder noch das ein oder andere kaufen, ein paar Frenelis. Wow, wow, wow. Das ist schon, äh, geplant. Uh, wow. Also Leute, ich glaub, da müssen wir jetzt echt wachsam bleiben. Also ich hab ja heute, hab ich, äh, ich hab das auch nicht so, äh, jetzt bisher verfolgt, weil es ist auch eine Menge zu tun. Ähm, aber ich hab auf YouTube wurden mir, ähm, Thumbnails vorgeschlagen mit, dass es jetzt der nächste, der nächste Crash kommt, äh, Krise, wie wir es uns nicht vorstellen können und so. Ähm, hab ich bis jetzt noch nicht geguckt. Ähm, ähm, aber ich, ich würde günstigere Kurse auf jeden Fall begrüßen. Mhm. Also mich würde es jetzt auch nicht stören. Kriegst du halt mehr Anteile long term. Sagt man nicht nein, oder? Ja, ja, ist richtig. Achso, ich hab vergessen, äh, stimmt, äh, Joachim, die, äh, Frage zu beantworten. Ähm, nein, ich wohne nicht in der Schweiz, ich wohne ganz weiter im Norden, genau, äh, in Rostock nämlich. Das, äh, ist an der anderen, äh, ganz am anderen Ende von, ähm, von Deutschland. Machen wir noch zwei Fragen. Eine Frage ist, guckst du One Piece, äh, Johannes, oder nicht? Nee. Nicht? Nee. Ich guck halt aktuell auch, also ich, ich müsste richtig viel nachgucken, aber jetzt hier die Frage, was sagst du zu Gear 5 Ruffy? Ipsi als, äh, Super Saiyan Goku, äh, aber Dragon Ball hast du geguckt? Oder nicht? Nee. Auch nicht? Okay. Nee. Ich hab neulich, weil wir waren, ich war ja mal, ähm, mit, äh, bei dir im, im Shop. Ja. Ich glaub, das war auch jetzt, das ist auch schon zwei Jahre her, kann das sein? Zwei Jahre, ja. Das ist so abartig lang her ist schon wieder. Ähm, und du hast mir so, äh, Pikachu gezeigt. Und, äh, mir war klar, ich kenn den, äh, als einen der, äh, ich, also ich, das ist so der, die einzige Figur, die ich kenne, ist eigentlich Pikachu, auch mit Namen und so. So, andere hab ich zwar schon gesehen, aber kein Pile, wie die heißen. Und, ähm, dann, ähm, hast du mit meiner Frau gesprochen und hast, äh, und die hat dann, äh, durchblicken lassen, sie kennt sich sehr gut aus mit, äh, Pokémon und Dragon Ball und so weiter. Und dann hast du ganz ungläubig mich angeschaut und, äh, gefragt, so, was? Und du hast gar keine Ahnung? Ja, ich hab tatsächlich überhaupt keine Ahnung von dem Zeug. Ähm, aber daraufhin haben wir hier, äh, als wir wieder hier, äh, zu Hause waren, haben wir tatsächlich kurzzeitig angefangen, nochmal Pokémon zu schauen. Ich glaub, so drei Folgen oder so. Und ganz halten. Lass es vier gewesen sein, von der allerersten Staffel natürlich. Oh, okay. Wenn wir uns ganz von Anfang an anschauen. Ähm, aber es waren nur, äh, nur maximal irgendwie vier Folgen, äh, die ich da gesehen hab. Und, äh, dann, ja, äh, hat das auch wieder aufgehört. Okay. Aber, ja, ich, äh, weiß jetzt zumindest, ähm, was da so grob passiert. Und es werden halt immer weitere, ähm, Viecher, sag ich jetzt mal, vorgestellt. Vorgestellt, was die können und so. Und dann kommen wieder die Bösewichte und, äh, schaffen es wieder nicht irgendwie, äh, weil sie keinen Peil haben. Und, ähm, ja. Aber es ist tatsächlich in meiner Kindheit komplett an mir vorbeigegangen, weil ich hatte ja ein paar Jahre in Portugal gelebt. Und, ähm, da hatten wir komplett keinen Fernseher und, äh, so Zeug. Ich hab da nur, ähm, ab und zu hab ich Kartoffelchips gerne, äh, gekauft. Und da waren, glaub ich, sogar so Figuren drin. Ähm, aber ich konnte damit halt nichts anfangen. Also, um die Frage zu, von meiner Seite zu beantworten. Ich find, äh, Ruffy's Gear 5 richtig nice. Auch wenn ich One Piece, also ich hab One Piece, glaub ich, hab ich nur bis Folge 300 oder so geguckt. Und es gibt ja über 1000 Folgen. Also, ich bin absolut, mir fehlen noch irgendwie 700 Folgen, um aktuell zu sein. Aber ist nicht an mir vorbeigegangen. Ich find's richtig geil. Also, das ist so die, die Antwort. Ähm, so als letzte abschließende Frage. Was haben wir noch Spannendes weiter oben? Ähm, was halten wir von japanischen Aktien oder japanischen ETFs? Hast du irgendwelche japanischen Titel, Johannes? Äh, nee. Oder, ähm, und auch, äh, einfach über ETFs halt letztendlich. Also, über den Vanguard 4C All World halt wahrscheinlich maximal. Ja. Genau. Normal. Aber jetzt so, äh, extrem Portfolio nicht, ne? Also, ich hab tatsächlich eine Einzelaktion, und zwar Nintendo. Nee, zwei sogar, Sony und Nintendo. Äh, Nintendo hat jetzt bei mir nicht so dolle performt, gerade aktuell. Ähm, aber das ist nur Stand jetzt. Äh, warum hab ich in Nintendo investiert? Hauptsächlich primär wegen den ganzen IPs und Brands und, äh, wegen Pokémon. Das ist der einzige, also die einzige Möglichkeit, in Pokémon zu investieren, indirekt. Weil Pokémon, äh, nicht an der Börse gelistet ist, aber ein Drittel gehört, äh, Pokémon, ein Drittel gehört Creatures Inc. und ein Drittel gehört Game Freak. Und man munkelt, dass Creatures Inc. zu einem großen Teil Nintendo gehört. Damit hat Nintendo mehr als 50% der Pokémon-Anteile. Genau. Das ist so die Begründung. Und das war's dann aber auch. Ich habe ansonsten, eben neben Sony, eine ganz kleine Position. Aber ansonsten hab ich auch keine japanischen Aktien. Ähm, wenn man sich den, äh, Nikkei gerade mal anguckt, der läuft gerade sehr, sehr, sehr gut, wenn man sich den so anschaut. Aber das liegt primär einfach daran, dass der Yen so schwach ist, jetzt auch in den letzten paar Monaten. Und dadurch, dass es natürlich dann optisch sehr geil ausschaut, aber dann währungsbereinigt, sieht man dann, jetzt zum Beispiel gegenüber den Schweizer Franken, ist jetzt nicht so eine dolle Performance gewesen. Wie das hier jetzt so angezeigt wird. Das ist einfach auch nochmal so nebenbei. Ich würde es jetzt kategorisch nicht ausschließen, ist aber dann trotzdem nochmal etwas spezieller. Und man muss sich dann schon spezifisch sehr damit auseinandersetzen, da das schon nochmal, äh, ja, eine andere Sache ist. Genau. Ja. Ja. Ich werde da wahrscheinlich keinen Fuß mehr fassen. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wann ich, wann ich die Zeit habe, dann das alles nachzuholen. Auch wenn ich wirklich manchmal gerne einfach nur, ja, sowas nachholen würde, was ich komplett verpasst habe. Warum eigentlich Johannes der Christle hier? Wieso? Habe ich einen Heiligenschein, den ich nicht sehe? Johannes der Zweifer, ja, das stimmt schon. Ich würde sonst sagen, dass wir uns nächsten Donnerstag, beim Dividenden-Donnerstag sehen. Und wie immer, ihr könnt euer Portfolio an info.spartgürtel.ch senden, zusammen mit eurem PDF, mit der Vorstellung und der Portfolio Performance XML-Datei. Und ihr könnt auch gerne GetQuinn oder Parkett-Link senden, wenn ihr das habt, können wir auch anschauen. Habt ihr es gemerkt? Ihr macht dem Thomas eine Riesenfreude, wenn ihr eine PDF schickt. Dann muss er da nicht eine PDF draus machen. Genau, das ist auch noch so ein Punkt. Um das im Stream hier zu zeigen. Genau. Dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns beim nächsten Dividenden-Donnerstag.